Denkst du, dass sich die wirtschaftliche Lage bis 2025 für den Bullrun wieder entspannt oder meinst du, dass es so bleibt, bei C ging das ja nach zwei Jahren sehr schnell wieder zur Normalität zurück? Ja, das kommt drauf an, wie es eskaliert und wie die Leute das schlucken oder inwiefern die Leute mitmachen, das ist ja wie Affenpocken. Das war einmal in den Medien, die Leute haben es nicht gefressen, da war es sofort vorbei und genauso wäre das mit C auch gewesen, wenn einfach keiner mitgemacht hätte. Und mittlerweile haben die Leute auch die Schnauze voll und du merkst auch, dass in der Welt jetzt immer ein bisschen mehr, nach und nach mehr und mehr Leute ihren Verstand wieder benutzen und ein paar mehr Leute aufstehen. Das ist genauso, dass jeder dann so eine Wärmepumpe für 45.000 Euro einbauen soll und das Thema Lastenausgleich, Thema Enteignung. Spätestens dann, wenn dem Deutschen der Fernseher weggenommen wird und das Eigenheim, dann steht auch der deutsche Wichel auf. So, von daher, da werden definitiv mehr Leute aufstehen als bei C und vor allem auch schneller, wenn das in die Richtung kommt. Von daher denke ich schon, dass das schneller besser wird, weil wenn einfach keiner mitmacht, ist das sowieso vorbei, egal was passiert. Auf der anderen Seite, wenn natürlich der gesamte USA-China-Konflikt auch in Kombination mit Taiwan, wenn das noch komplett eskaliert, dann haben wir ganz andere Probleme hier. Also, ich finde es aktuell schwer einzuschätzen, wie das in Richtung 2025 aussehen könnte. Grundsätzlich gesagt, aber, ja, wenn es rein auf die Marktsituation ist, wenn sich die Wirtschaftslage nicht grundlegend verschlimmert oder, wie gesagt, da wirklich noch ein riesen USA-China-Konflikt ausbricht, dann sollte das schon fix auch nach oben gehen. Denn wenn die Asiaten anfangen, insbesondere China, da ordentlich Geld in den Markt zu pumpen, dann ist das ein Witz, was wir da beim All-Time-High gesehen haben mit 69.000 Dollar Bitcoin und Gesamt-Kryptomark von 3 Billionen Dollar. Das wird ein Witz dagegen sein. Denn zuzüglich haben wir ja alle bullischen Szenarien vor der Tür mit Inflation, wenn die Zinsentscheide, wenn das langsam gerade auch zum Ende des Jahres gegebenenfalls sogar zurückrudert. Gelddruckmaschine wird weiter angeschmissen. Bitcoin-Having steht vor der Tür. Dann wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte, dass da ordentlich gepumpt wird. Denk ich so positivere News bezüglich der XRP. Ja, das ist ja auch so ein Ding, was ich im letzten Stream schon gesagt habe, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass das jetzt bei XRP eher so im Sell-the-News-Event endet. Das jetzt hat das schon ordentlich performt, ist auch nicht so abgestürzt wie alle anderen und dann kommen die Dokumente raus und es war eigentlich gar nicht so krass, wie alle denken oder aus Prinzip, Southern News Event wird dann eher verkauft. Also ich würde auf gar keinen Fall, also die Leute, die jetzt da auch schon so diese YouTube-Videos mit den offenen Fotoduken machen, oh mein Gott, morgen XRP 8000 Dollar. Ich würde hier jetzt absolut nicht verwahrlost anfangen, irgendwelche Long-Positionen eröffnen. Ja, es kann auch sein, dass die veröffentlichten Dokumente schon der Todesstoß sind für die SEC in dem Streit, was ich persönlich aber nicht glaube. Und dann geht das natürlich ordentlich nach oben, aber ich würde hier nicht anfangen, irgendwie verwahrlost jetzt Long-Positionen zu eröffnen, weil wir haben auch mit diesem Breakout hier, also mit der Reaktion, nicht das vorherige Heil geschlagen. Das heißt, der Bereich ist weiterhin aktiv und das ist nicht unwahrscheinlich, dass der auch noch angelaufen wird. Auch wenn XRP aktuell sehr, sehr gut läuft und auch generell antizyklisch läuft, also ihn die ganze Marktlage hier überhaupt nicht interessiert und auch vom Bitcoin sich so ziemlich abgekapselt hat, was die Performance angeht, ein bisschen wird da trotzdem immer mit dranbleiben. Und wenn es dann tatsächlich so kommt, dass wir, und da wollen wir ja den Bitcoin sehen, denn übergeordnet können wir das kurz und knapp machen, ist das hier ein Abwärtstrend. Ist das ein reiner Abwärtstrend hier beim Bitcoin? Auch wenn es lange, auch wenn es langwidrig ist, aber das könnte sein, dass das hier genauso in dem Sinne erstmal weitergeht mit dem Bitcoin. Und dann wird auch langsam, denke ich, XRP ein bisschen zumindest mitziehen und es könnte auch sein, dass XRP den Bereich da nochmal mit anläuft. Also, ja, ich würde hier jetzt nicht völlig verwahrlost Long-Positionen eröffnen. Wer zocken will, kann das natürlich gerne tun. Der kann natürlich auch, wenn er fest überzeugt ist, das wird ein Sell-the-News-Event, kann natürlich auch einen Short eröffnen. Aber ich mache da erstmal gar nichts. Wir haben hier einen Take-Profit gehabt, wir haben hier noch einen Take-Profit gehabt. Wir haben hier, da war ein Short, also XRP haben wir da komplett durchgetradet. Das war einfach nur genial. Und sollte der tatsächlich nochmal kommen, also sollte das im Sell-the-News-Event enden, dann trade ich ihn hier nochmal Long. Aber dann erst in diesem Bereich, nicht irgendwo mittendrin. Das macht für mich zumindest laut Strategie keinen Sinn. Also, es hat dann nichts mehr mit Strategie zu tun. Das ist dann wieder zocken und das kann jeder andere gerne machen. Ihr seid alle alt genug, da halte ich niemanden auf. Aber ich mache es nicht. Maxi Global hat aktuell die niedrigsten Marketmaker-Gebühren, sowohl für deinen Spot als auch für dein Future-Trading. Du kannst bis zu 1500 Low-Cap-Kryptos traden und vor allen anderen dabei sein. Mit dem Link in der Videobeschreibung sparst du Gebühren und erhältst zusätzlich die Möglichkeit auf einen 1000-Dollar-Bonus. Zusätzlich würdest du mich und diesen Kanal damit kostenlos unterstützen.